Ich mag Georgien sehr, war auch schon oft auf Besuch bei Ihnen und komme auch immer wieder gerne zu diesen Veranstaltungen auf der Pro-Wein. Also Georgien hat sich sehr modernisiert, hat einen sehr schönen Stand und bringt auch von den Weinen her viele Neuigkeiten, die eben wie man hier auf dem Markt sieht, sehr gut ankommen. Sehr beeindruckt haben mich die frischen, fruchtigen Weine, die immer mehr auch an westliches Niveau herankommen und diese Nischenweine Quebri, die einen sehr hohen Stellenwert für die Deutschen haben und dabei auch das Besondere des georgischen Weinbaus darstellen. Von dem, was ich bisher probiert habe, habe ich keine ausgesprochenen Schwächen festgestellt, wie das in den letzten Jahren ja noch der Fall war. Da kann man eindeutig wieder feststellen, dass das eine enorme Verbesserung dieser Ausstellung geworden ist und die Georgier sich damit enorm gut darstellen. Also dieses leicht mikrobiologisch oxidative ist aus den Weinen weg und wir haben es tatsächlich mit sehr international geprägten Weinen zu tun und das spezifische Georgische ist in den Quebri-Weinen immer noch sehr gut vertreten. Und damit hat Georgien eine optimale Basis für den Erfolg auch auf westlichen Märkten. Die Entwicklung des georgischen Weinbaus, die ist enorm. Also da kann man wirklich in den letzten 20 Jahren, die ich mitverfolgen durfte, eindeutig feststellen, dass das von einem sehr ursprünglichen eigenen Weintyp, der in Westeuropa nicht angekommen ist, sich enorm entwickelt hat und sehr modern und sehr den Verbrauchern angepasst entwickelt hat und damit auch natürlich auf den westeuropäischen Märkten immer mehr Erfolg haben wird. Also das sage ich eindeutig voraus. Und wenn die Entwicklung so weitergeht, dann haben sie beste Chancen eben auch in Westeuropa. Insbesondere auf dem deutschen Markt, weil der deutsche Markt eben diese frischen, fruchtigen Weißweine und die kräftigen Rotweine sehr mag.